Boah, was ist denn das? Möchte, das ist ja klar richtig. Nur mit EX komm ich raus. Echt? Das war scheiße man, das war so früh. Nein, das war zu spät. Das war, weiß ich nicht, was ich sagen. Das war scheiße. Das war scheiße. Das war gut. Oh, das ist ja. Das war scheiße. Das ist schon wieder. Krass. Ja, jetzt mal mit, 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 mit... Ja, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein. Ein, noch ein, noch ein, noch ein. Boah, das ist schon wieder. Ups. Ups. So, scheiße. Ist auch gefasst. Ja. Ups. Ups. Genau, mach mal. Nur für die Kamera quasi, weil das hat mir vorhin, glaube ich, nicht aufgenommen mit dem Trade Ultra's Test, ne? Ob Trade Ultra jetzt genauso leicht ist wie vorher? Ja, ich hab jetzt aber den falschen Rückrauch vom BNH. Das interessiert auch die Amis nicht, aber das interessiert fast alle mir erzählt. Von der Vater. Die Deutschen wieder, oder? Die ganzen Re-Vos, ja, Mann. Auf dem OffenFM waren 17 Re-Vos, ey. Von Frankfurt dann. Total heftig. Ähm. Jetzt nehmen wir gleich den hier. Dann... Ich glaube, ich hab immer blau. Mann, das ist Habuken. Habukit. Das Sound kannst du vom Ding auch drin lassen, im Fight. Wie bitte? Im Fight würde ich die Sounds aber schon drin lassen, auch wenn wir mal in der Zwischenriebe reden gehen. Ich hab jetzt mit dem Ding Kobe ausgerufen. Genau. Ich will nicht, dass ihr jetzt zuschrautig berkommen. Obwohl er eigentlich ist... Die Beine. Nicht, nicht, nicht? Eben. Ja. Öhh.. Nope-Down erstmal. Das war das ja? Ja? Mhm. Was? Ja. War vorhin auch schon. Was sollst du denn das egal? Ein leichter? Ja. Was? Warum? Was geht denn hier, Alter? Was? Der Juri ist mal richtig krass. Okay, mach mal an. Ja, okay. Das war scheiße. Nein, zu nah. Jetzt muss ich übertreiben hier mit dem Scrugglers. Boah, Alter! Was ist das denn? Fick the rear, ey! Nur ein richtiger Range. Sprich ein Corner. Ja. Ich glaub ich hätt'n Tick früher machen können. Okay, okay. Ja. Okay. Okay. Ich glaub ich hätt'n Tick früher machen können. Okay, okay. Ja. Probier einfach. Egal. Nein. Geht nicht mehr. So geil. Okay. Okay, das war jetzt beschissen rein. Jetzt. Boah! Naht! Naht! Geh du mal einen Corner. Naht! 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 Ich war da dran. Bisschen. Naht! 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 Du bist zu krass weggeschleudert. Aber ich glaub nicht hier so sein mein Kiff liegt, oder? Weiß ich nicht. Hast du die ganze Zeit den mittleren, oder was? Naht! Ich hab eben grad nur den mittleren. Ich mach mal einfach leicht. Ja. Naht! 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 Nein, 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 nein. Ich muss auch hier dran ein bisschen. Das ist geschürt. Der Kick ist zu krass. Ich kann mich keines erkranken. Na, nur will ich verknack' werden. oder wenn ich kann es vergessen die Rage ist zu krass vielleicht würde es mit einer anderen Schale gehen aber Komma, Komma noch mal ich will sehen was für Trade Verlust das ist okay pass auf okay, du siehst mir schon gut aber ich habe auch nicht viel Leben dann Sagat noch mal Mr. Horner Hardkick um Um, okay. Oh, oh, dieser Basta. Oh, Alter, wie viel denn jetzt richtig hast du? Viel. Ja, komisch. Eine Chance. Das war jetzt Safe Jump in. Ja, wenn ich ein bisschen später mache, so wie jetzt, dann traden wir. Ansonsten fressig. Und ich muss später machen. Ja, kann ich nicht sagen, dass ich alles vergessen werde. Wenn ich so reinjumpe jetzt mit Hardback. Das heißt, lass mal trotzdem noch ein paar Mal probieren. Bam. Ja.